Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 26. Februar. Dominik Foisi und Markus Somm. Ja, Christoph Blocher hat ein langes Interview gegeben im Nebelspalter. Konkret und Dominik Foisi und Janik Güttinger haben sich auch über die grosse AHV-Abstimmung geäussert. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, ich finde es interessant. Er weist sozusagen über das eigentliche Thema heraus. Und er sagt, wenn die Abstimmung, die Initiative von SP und Gewerkschaften angenommen wird, dann ist das ein Ohrfiege an die Klasspolitik, die überall Geld verteilt hat. Eine Klasspolitik, die sich selber nährt und nicht verstanden hat, wie das viele, eben auch bürgerliche Wählerinnen und Wähler, tickt. Und das ist interessant, weil ausgerechnet Christoph Blocher, der den Begriff Klasspolitik prägt hat, setzt sich ja auch für ein Nein ein. Also eigentlich dafür, dass die Ohrfiege nicht passiert. Ich frage ihn dann, warum er sich da einsetzt. Und dann sagt er, ja, man müsse sich halt für das Richtige einsetzen. Die Initiative sei falsch, aber man müsse letztlich auf anderen Ebenen daran arbeiten, dass die Klasspolitik und insbesondere die bürgerlichen und die Wirtschaftsverbände, die er kritisiert, eine Lehre daraus ziehen. Was ist denn aus seiner Sicht vor allem falsch? Was ist für einen das wichtigste Argument? Ja, er sagt, es sei ganz einfach. Man könne jetzt sich die Frage stellen, möchte ich einen 13. AV-Renten und dafür die Existenz von diesem Sozialwerk letztlich gefährden oder an die Wand fahren. Also das sind meine Worte. Er sagt, das ist eine Art Wahl. Wenn man ja stimmt, dann ist es letztlich ein egoistischer Entscheid für einen selber. Aber man riskiert, dass irgendwann in Zukunft die AV-Renten gar nicht mehr finanzierungsfähig ist. Und das tut er auch in Zahlen, die man ehrlich gesagt auch schon an anderen Orten gehört hat, aber das tut er auch in Zahlen her. Was ist dein Eindruck? Hast du das Gefühl, ich meine Christoph Blocher ist wirklich eine wichtige Figur für alle Leute, die der SVP nahe stehen, auch viele andere bürgerliche natürlich. Hast du das Gefühl, er hat jetzt auch Einfluss auf die Abstimmung? Ich glaube schon. Also insbesondere bei der SVP und den Wählerinnen-Sympathisanten der SVP. Ich frage ihn dann auch noch. Es ist natürlich oft so, dass man so Abstimmungen für einen Denkzettel braucht. Und das sagt er ja, das ist so. Sie sind jetzt einfach da am falschen Ort. Und das ist schon noch verrückt. Er sagt auch, er hätte das Gefühl, es schwindet das geistige Fundament, wo eben die Zitate verlockenden Versprechen der Linken, also eben, dass man eine 13. AV-Revision, äh, Revision, Rente haben kann. Und sie kostet sozusagen nichts, wo die verlockenden Versprechen von links durchschauen tun. Und das sei so, nicht zuletzt auch durch die Zuwanderer, die diese politische Kultur, eben das Durchschauen von den linken Versprechen, nicht kennen. Und das sei eben anders jetzt, als möglicherweise bei den berühmten Abstimmungen, die wir hatten, weisst du, du erinnerst dich, Beschränkung der Arbeitszeit oder eben sechs Wochen Ferien, die ja zum Erstaunen von vielen im Ausland abgelehnt worden sind. Genau, der Oliver Zimmer, ehemaliger Professor in Oxford und jetzt Leiter von einem Forschungsinstitut in der Schweiz, hat ja in der Zürich-Zeitung auch, ja, ist, glaube ich, in der Zürich-Zeitung ein Artikel geschrieben, genau auch zu dem Thema, wo er eigentlich gesagt hat, das finde ich sehr einen guten Gedanken, die Schweizer haben das auch wie einen ordnungspolitischen Instinkt eigentlich gehabt, das war Teil von unserer politischen Kultur oder von der politischen DNA, wo wirklich sagenhaft ist und wo natürlich zu tun hat mit der direkten Demokratie, wo bis in Gemeinde runtergeht, dass der Schweizer eigentlich immer von Anfang an ausgebildet worden ist als ein Bürger, der weiss, alles, was ich zustimme, muss ich selber auch zahlen. Also das ist ja da, wo man das Gefühl hat, Franzosen oder Deutsche oder Österreicher sind sich nicht bewusst, die haben immer das Gefühl, die Versprechen von den Politikern sagen noch nicht, dabei sind es immer Versprechen, die sie selber zahlen müssen. Aber wahrscheinlich hoffen sie immer, dass die Oberschicht das zahlt, was natürlich auch nicht der Fall ist. Aber es ist eigentlich der gleiche Gedanke, wie Christoph Blocher hat und ich glaube auch, die Frage ist, hat es mit der Zuwanderung zu tun? Ich weiss nicht, weil ich glaube, also ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil so viel Zuwanderung, wir haben schon viel Zuwanderung, aber gerade noch direkt mit der Einbürgerung, das geht dann gleich ein Zeitpunkt. Ich finde eher, also Dominik, wenn man unsere Generation von Akademikern anschaut, dort ist einfach das etatistische Denken so stark geworden in den letzten 30 Jahren. Das hat weniger mit der Zuwanderung zu tun, sondern mit dem Bildungssystem, würde ich behaupten. Sicher mit dem Bildungssystem und dann finde ich auch nur, seit dem Ende des Kalten Krieges fehlen auch die Leute, die diese ordnungspolitischen Wahrheiten, Banalitäten könnte man fast sagen, auch ein bisschen mantra-mässig wiederholen. Christoph Blocher ausgenommen, wenn man ihm zulässt, das ist immer wieder vorkommen. Das unterscheidet ihn ja auch, oder links tut Christoph Blocher gerne so ein bisschen in den sogenannten Rechtspopulismus hineintun, wobei den Rechtspopulismus, das wissen wir zwei, wenn du Frau Le Pen oder irgendwelchen Typen in Österreich oder in Deutschland zulässt, dann sind das eben, gerade bei sozialen Fragen, eben linke und nicht liberale. Und das ist der grosse Unterschied, den links nie begriffen hat beim Christoph Blocher. Also ihn ausgenommen, aber sonst hast du eben gar keine Bürgerliche mehr gehabt, die im 1. August reden, in Fernsehansprachen, in der Arena oder so wieder erholt haben, um was es eigentlich ordnungspolitisch geht. Und eben die banale Tatsache, dass man, ja, wenn man so Sachen zustimmt, dann ist es ja nichts anderes, als dass wir irgendwo durch am Schluss eine Gesellschaft sind, wie es der Ludwig Erhard gesagt hat, wo jeder die Hand am Portemonnaie von seinem Nächsten hat, oder? Und das ist ein bisschen unangenehm, das möchte ich eigentlich nicht. Genau. Gut, hoffen wir, dass sich das irgendwo noch kehrt. Ich weiss nicht, vielleicht noch eine letzte, ja nein, letzte Prognose wird es nicht sein, aber wie ist dein, dein, ja, dein Gefühl? Hast du das Gefühl, das kommt durch, die 13. Renten, oder wir sind jetzt in der letzten Woche, nächstes Sonntag ist denn die Abstimmung, was meinst du? Ja, also ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch, dass die Gegner noch gewinnen. Nicht, gerade auch mit dem Ständemeer, oder, wenn es, ich meine, wenn du ausrechnest, in der Romandie, das sind dann gleich, schnell einmal sechs Kantone. Das Wallis wird vermutlich im Jahr sein, oder, also darum sechs Kantone. Dann, ja, dann bist du bei zwölf, dann braucht es einfach nicht mehr so viel, oder? Dann hast du noch Basel-Stadt, mit dem kannst du rechnen, gut, das ist nur eine Ständestimme. Aber, ja, dann reicht irgendwie Zürich, wo auch nicht mehr so bürgerlich ist, es langt irgendwie, ich meine, St. Gallen ist auch nicht mehr so ländlich, oder? Und das Sinn ist auch so, Graubünden wird auch noch... Graubünden ist gut möglich, dass es im Jahr ist, und dann ist es mit dem Ständemeer passiert. Und beim Volksmeer muss ich auch sagen, auch wenn letzte Woche die Umfragen, die gekommen sind, zeigen, dass es ja komplett erodiert, aber dass das tatsächlich noch unter 50 Prozent fällt, verbunden mit dieser offensichtlichen Mobilisierung, die jetzt stattfindet, dann könnte es sein, dass es durchkommt. Gut, ich war letzte Woche noch im Glarus, da habe ich ein Referat gegeben, da bei der Glarner Offiziersgesellschaft, und da sind natürlich klar, das ist ein bürgerliches Publikum eher, aber es geht ja um die Bürgerlichen, man muss eben nicht wissen, wie die Bürgerlichen jetzt da stimmen, für die Linken wissen wir es ja. Und Glarus ist auch insofern immer ein interessanter Kanton, ja, häufig, häufig gibt ja Glarus ähnlich wie der Aargau, etwa A, wie eine Abstimmung ausgeht. Und jetzt, die haben jetzt alle ein bisschen so das Gefühl gehabt, nein, sie hätten das Gefühl, dass sie am Kippen und so, das werde ich nicht angenommen. Ja, hoffen wir es, wir sehen es dann am Sonntag, wir werden auf jeden Fall das Bern einfach spezial machen am Sonntag, es ist eine wichtige Auseinandersetzung, könnte es sein, dass die Gewerkschaften und die Linken einen von den grössten Abstimmungs-Sieg einfahren von der letzten Vergangenheit, muss man also wirklich klar sehen, für die Bürgerlichen geht es um sehr, sehr viel. Von dem her, also alle, die noch nicht stimmen sind, oder, ja, das noch vergessen haben, bitte gehen stimmen, wir müssen wirklich stimmen und stimmen nicht falsch. Und falsch haben wir gesagt, was falsch ist. Falsch ist einfach, wenn man das Geld ausgibt für Leute, die nicht das unbedingt brauchen und am Schluss nicht einmal merkt, dass man am Schluss das Geld selber muss zahlen. Das ist einfach der Witz. Es ist einfach nicht so, dass das Geld einfach vom Himmel herregnet. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Nein, es ist eigentlich ein ähnliches Thema. Es geht natürlich wie immer ums Schlafen. Und das Schlafen sollte man jetzt umso mehr, gerade wenn so eine wichtige Volksabstimmung vielleicht den Bach runtergeht, dann sollte man vielleicht einfach den Schlaf des Gerechten wählen. Und wir haben da gute Informationen für alle, die sich da Gedanken machen, wie man besser schlafen kann. Und da ist noch eine ganz wichtige Korrektur von dem Spot, den wir jetzt dann gerade hören. Wir reden dort von elf Filialen, die Schlafwohl haben. Und das ist vollkommen falsch. Zwölf Filialen sind es jetzt. In Rapperswil hat es neue Filialen gegeben von Schlafwohl. Es hat interessante Aktionen. Das ist ja wirklich, ich sage es jetzt wirklich so, wie ich sage, es ist eine Atombombenmischung. Geht einmal auf Rapperswil. Rapperswil ist auch so eine wunderschöne, wunderschöne Stadt. Lohnt sich immer, auch wenn man dort schlafen geht. Ist auch eine gute Idee. Hört gut zu. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch Ja gut, wir haben es vorhin gesagt, eben Leute, die so einen richtigen ordnungspolitischen Instinkt haben, ohne dass sie vielleicht allzu viele Bücher gelesen haben zu diesem Thema. Und das meine ich ernst. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Bücher zu diesem Thema gelesen, aber ich glaube, das ist wirklich etwas gewesen, das die Schweiz immer ausgezeichnet hat. Wir sind einfach intelligente Bürger. Und sehr intelligente Bürger sind auch zwei Rentner, die also wirklich mit ihrem eigenen Geld auch zeigen, wo sie stehen. Dominik, und was geht es? Ja, das war eine interessante Geschichte. In der Sonntagszeitung ein Rentnerpaar hat nämlich ins Rat geschaltet in der Gratiszeitung 20 Minuten. Priska Bauer, 63, und Jürg Minsch, 71. Die haben das ins Rat geschaltet. Junge geht abstimmen und sagt am 3. März Nein zu 13. AV-Rente. Die beiden fühlen sich ein bisschen grünliberal. Sie wohnen auch typisch oder für wohlhabende Zürcher. Sie wohnen in einer Genossenschaftswohnung. Der Herr Minsch war Professor für Nachhaltigkeit in Wien und er bezeichnet sich selber als Nachhaltigkeitsökonom. Leider hat es dann nicht mehr gelangt, Werbung zu machen für die nachhaltige Option, die am 3. März zur Verfügung steht, nämlich die Renteninitiative der Jungfriesinnigen Schweiz. Genau, aber man muss das wirklich einfach loben. Ich finde, das ist wieder ein gutes Beispiel, das einfach zeigt den Charme der direkten Demokratie, dass wirklich einzelne Bürger selber Geld in die Hand nehmen und ein Inserat schaltet und ihre Meinung zu einer Sachfrage kommt und andere Leute, andere Bürger dazu aufrufen. Klingt doch auch so stimmen. In welchem anderen Land ist das möglich? Wo gibt es das? In welchem anderen Land? Ja, wenn es so weitergeht mit den Rahmenvertragsverhandlungen mit der EU, gibt es das bei uns dann auch bald nicht mehr. Denkt bitte auch an das. Das ist noch ein anderes Thema, das wir ja schon ein paar Mal besprochen haben. Gut, wir gehen zu den, ja, man kann schon sagen, zu den Abgründen der Zuwanderung, die wir vorher erwähnt haben. Wieder ein Überfall, wo Asylbewerber involviert sind. Dominik, und was geht's? Ja, nach einer Zugsempführung in der Romandie durch einen Asylbewerber jetzt ein Rentner, wo am Bahnhof Rorschach von Asylbewerbern einfach ausgeraubt wird. Und zwar einfach ohne irgendwelchen Anlass. Es sind zwei beschuldigte Asylbewerber aus Marokko, wo dort zwei 80-Jährige überfallen haben. Der eine die 25-Jährige, der andere 48-Jährige. Die ganzen Geschichten, die häufen sich. Und nicht alle finden, so wie jetzt der Fall, den Weg im Blick. Das finde ich eigentlich schade, weil das gehört einfach zu der Realität, die wir jetzt haben, mit dieser Zuwanderung und mit Asylbewerbern, wo gemäss Beat Jans, er hat ja letzte Woche verkündet, er werde die Schrauben anziehen, aber gemäss Beat Jans haben die Marokkaner eigentlich keine Chance, bei uns Asyl überzukommen. Auch andere aus dem Maghreb nicht. Er will da vorgehen. Wir schauen, wie er dann vorgehen wird. Aber die Fälle häufen sich ganz extrem wieder in der Romandie, in Neuerburg, will man unter Umständen, weil die Kantonsregierung, also nicht irgendwelche, ich weiss auch nicht, Rechtsextreme oder so, sondern die Kantonsregierung, will das Bundesasylzentrum in Budri, eines der grössten der Schweiz, schliessen, will man eben ein Problem mit Kriminalität. Genau, wir haben über das Thema schon ein paar Mal gesprochen, auch im Zusammenhang mit einem interessanten Experiment in der Stadt Basel, wo einfach Diebstahl nicht mehr gehandert wird, weil ein Asylbewerber betroffen ist. Also die anderen werden auch nicht mehr gehandert, es wird so so gar nichts mehr gehandert, anscheinend in Basel-Stadt. Die können sich das leisten. Die haben das Gefühl, es spielt keine Rolle, wie viel Geld das da geklaut wird. Wir haben ja genug. Nein, aber man muss vielleicht jetzt da, wenn wir gerade bei Basel sind, Beat Jans auch mal loben. Immerhin hat er das mal gesagt, dass das ein Problem ist. Ich meine, von seiner Vorfuhrvorgängerin, zum Beispiel Simonetta Sommer-Uga, hat man das eigentlich nie gehört. Ich glaube, die hätte das Wort kriminell und Asylbewerber nie miteinander aussprechen können. Es ist nicht gegangen. Die hat nie irgendwie grosse Probleme, gerade auch eben, was die Kriminalität betrifft, angesprochen oder zugegeben. Von dem her ein grosser Fortschritt. Und ich meine, man muss mal ehrlich sein, auch aus der linken Sicht, es ist doch ein No-Brainer. Wieso soll einer bei uns politisches Asyl bekommen, damit er nachher andere Leute bei uns abschlauen, oder vergewaltigen oder bestellen? Wieso? Das leuchtet niemandem ein. Und jeder normale Mensch weiss ganz genau, einer, der wirklich im Flüchtling ist, der wirklich politisch verfolgte ist, der macht alles, damit er ja nicht mehr zurück in das andere Land muss. Aber bei uns haben wir so viele Leute, die so offensichtlich erstens keine Flüchtling sind und zweitens einfach tot sicher sind, dass wir uns alles gefallen lassen, dass sie sich aufführen können. Wie die Sau, das muss wirklich aufhören. Wer überhaupt noch das Gefühl hat, dass er eine Asylpolitik verteidigen kann, und es gibt gute Gründe für das politische Asyl, der muss jetzt wirklich schauen, dass die vielen, 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 Tausenden von schwarzen Schöfen wirklich ausgeschafft werden. Wir kommen noch zu einem anderen Thema. Also die USOs sehen das anders. Die USOs sehen das anders. Genau, wir kommen noch zu einem anderen Thema. Und die haben das auch am letzten Samstag mit dem Beat Jans diskutieren, an einem Parteitag von der SP. Das hat dann Cedric Wermuth zurück aus seinem Sabbatical, wo er zwei Monate lang eine Politik Auszeit genommen hat. Hat er das verhindern können? Und die NZZ hat es wunderschön geschrieben, die USOs haben mit ihrer Kritik wieder heimgehen müssen. Genau, wobei es eben auch wieder zeigt, innerparteiliche Demokratie bei der SP, die USOs sind ja so bierweich, dass man die nicht mehr anhören kann, was natürlich eigentlich auch falsch ist. Die sollen ihren bierweichen Schrott erzählen. Das ist ja der Witz. Es ist so bierweich, dass sie so lange reden können, wie sie wollen. Aber das ist eben ein bisschen das Problem von Cedric Wermuth. So lange ist es nicht her, dass er als USO-Präsident genau den gleichen Schrott erzählt hat. Vielleicht hier noch schnell eine Anekdote. Dominik Kriusen mitteilt worden ist von einem Passagier in der SPB. Was ist da passiert? Ja, also das war ein Parteitag in Grand Saxonais in Genf. Das ist, ich glaube, ein Kongresszentrum oder so. Und dort hat die SP beschlossen, man kämpft gegen Armut und man macht das mit den alten sozialistischen Kamellen. Also auf Englisch gibt es den wunderbaren Begriff vom Pork, vom Pork, den man verteilt. Also Schweinig, Schweinsfleisch eben an alle Partikularinteressen und so. Also überall soll es hochgehen, Ergänzungsleistungen hoch. und einfach Geld verteilen und so weiter. Und auf dem Heimweg vor dem nicht wahnsinnig interessanten Tag im Speiswagen offenbar Matthias Mayer, Cedric Wermuth und auch noch der Herr Cassi, der, dass sie teils schafft im Generalsekretariat, ist bekannt als ziemlich radikaler Konzernverantwortungstyp. Die müssen wirklich sich verhalten haben wie Studenten halt. Sie haben auch das Bier in Plastik in Papiersäcke mitgenommen und getrunken. Also das ist, wir haben keine zweite Quelle, wir haben keinen Fotobeweis, aber ja, wir sind da von einem Hörer von Bern einfach darauf aufmerksam gemacht worden. Und eigentlich kann ich mir das ja schon vorstellen, dass das stimmt. Genau, und ich weiss jetzt nicht, ob der Speiswagen vielleicht geschlossen ist, dann wäre es entschuldigt, dass sie selber ein Bier mitbringen müssen. Aber sonst, wenn es natürlich anders ist, dass der Speiswagen eigentlich offen war ist und die SP, die ja sonst immer die SPB verehrt und bewundert und vor allem finanzieren will, dass gerade ausgerechnet die SP Spitzen nach den Speiswagen schädigt, indem sie einfach selber am Tisch sitzen und etwas anderes trinken, als er eigentlich dem Speiswagen vorgesehen ist. Ja, das wäre noch ironisch, aber was sie vielleicht wirklich in den Punkt finden, und er hat ja Fotos geschickt, wo man einfach sieht, ja, sie sind Studenten und sie sind immer noch Studenten und sie behalten sich auf eine Art, wo man das Gefühl hat, ihr seid euch nicht bewusst, dass ihr, ja, faktisch, die Chefen sind von der mächtigsten Partei der Schweiz, grow up, werden erwachsen, das ist vielleicht die Botschaft, aber wir haben es bei den Juso schon besprochen, einmal Juso, immer Juso, das ist eher das Problem. Wir kommen nochmals zu einem ganz wichtigen Thema, wir haben zwar schon darüber geredet, aber da noch ein wichtiger Aufruf, die Renteninitiative von den Jungfreisinnigen, die wirklich eine intelligente Lösung wäre für unsere AHV-Probleme, hier nochmal eine Information zu diesem Thema. Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab, die Renteninitiative von den Bürgerlichen und die 13. Anfang-Renten von den Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25, und setze mich dafür ein, dass meiner Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und möchte, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März ein Jahr zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken. Ja gut, wir kommen zum Schluss und zwar noch zu einem kleinen, mittleren, typischen Eclat, das passiert ist in Berlin, an der Berlinale, das ist das Filmfestspiel von Berlin. Ja, bei der Auszeichnung von Filmen hat ein Duo, das einen Film gemacht hat über Raubkunst, das Gefühl hatte, man müsse das benutzen, die Ansprache, die man dann haben darf, um den Preis entgegennehmen und hat Israel bezichtigt einen Genozid in Gaza und darum brauche ich jetzt sofort einen Waffenstillstand und das sei jetzt das Wichtigste und man hat das gemacht, selbstverständlich mit einem Palästinenser-Tuch und man hat auch noch die rechte Hand zur Faust geballt, wie wenn man da selber irgendwo im Krieg wäre. Genau und das ist einfach eines von den Beispielen, wo man sieht, wie eine Sprache an Bedeutung verliert, wenn man es einfach die ganze Zeit verwendet für jedes Thema. Ein Genozid, das ist jetzt wirklich das Schlimmste, wo man ein Volk antun kann und die Situation in Gaza ist schwierig, die Situation für die Zivilbevölkerung ist sicher traurig, die ist nicht gut, aber gleichzeitig muss man sagen, ja, Hamas ist ihre Regierung, sie haben sie erstens gewählt und duldet und so weiter, zweitens haben sie sehr häufig den Aufforderungen der Israelis nicht Folge geleistet und sind nicht weggegangen, aber trotzdem es ist sicher eine schwierige Situation, aber von einem Genozid zu reden und das noch den Israelis, also den Juden vorzuwerfen in Berlin, nicht sehr weit weg vom Wannsee, wo man 1942 die Endlösung der Juden in Europa beschlossen hat und die zwei Leute sind ja so viele ich weiss Deutsche, wo man gerne wissen würde, was ist denn der Grossvater, was hat denn der Grossvater gemacht in dieser Zeit, 1942, war der vielleicht im Osten und hat wirklich an einem Genozid teilgenommen, nein, es ist eine Schande, es ist unerträglich und es ist einer von den Momenten, wo man einfach das Gefühl hat, Heimatsternen, leset wieder mal ein Buch, schaut wieder mal, was wirklich passiert ist im Zweiten Weltkrieg und hört auf, mit den Begriffen aus den 30er und 40er Jahren ständig um euch zu werfen, Nazi, Faschismus, Rechtsextreme, alles das sind alles ganz ganz ernste, extreme Begriffe, wo man eigentlich aufsparen für wirklich schlimme Sachen und nicht für alles, was einem nicht passt, wenn einer eine Meinung hat, ist er schon ein Faschist, also wie ist denn das ausgegangen, hat denn Berlinale sich 300'000 Mal entschuldigt und distanziert oder wie läuft das? Ja genau, man hat sich distanziert, man hat auch, weil das noch weiterverbreitet worden ist in den sozialen Medien, man hat behauptet, die Accounts seien gecheckt worden, das macht man dann jeweils und das ging selbstverständlich nicht, auch der deutsche Kanzler Scholz hat das nochmal betont und so, aber ich finde wirklich, die Lehre daraus ist halt einfach, sage ich jetzt als biderer Schweizer, man sollte gescheiter auf die Weisheit vom Schweizer Bürger und Schweizer Bürgerin bauen, als auf den deutschen Kulturbetrieb, also ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, wir haben alle noch im Hinterkopf den Dokumenta-Skandal, wo man da Leute eingeladen hat, die antisemitische Bilder gemalt haben und da hat man sie noch verteidigt und weiss nicht was und so und schön sind es ja eine gewesen, von Esthetik, der Kulturbetrieb, insbesondere in Deutschland ja auch keine Ahnung mehr, also das ist einfach alles dumm und es ist alles blöd und ich muss wirklich sagen, die Lehre daraus ist halt gescheiter genau, selber genau anzuhören, was ist Genozid, nämlich die industrielle Vernichtung von einem Volk, das ist es nicht in Gaza, was auch immer passiert, das ist sehr viel schlimm, ganz klar, aber darum falsches Wort, dummen Anlass und in Szenensetzung für irgendetwas, was völlig daneben ist. Genau und dann am Schluss muss man gleich noch betonen, Israel führt einen Krieg, wo ihnen aufgedrängt worden ist, sie sind angegriffen worden, es ist ein Verteidigungskrieg und im Zweiten Weltkrieg hat nie jemand irgendwie gesagt, ja wir müssen eben die Deutschen wirklich schonen, wenn wir sie bombardieren, nein, die Israelis müssen den Krieg gewinnen, es geht auch um die Existenz von Israel und die Existenz ist absolut gerechtfertigt und kein Zweifel gibt es über die Existenz, aber im deutschen Kulturbetrieb ist das nicht mehr so ganz klar offensichtlich, wie gesagt, leset wieder mal ein Buch, würde euch gut tun. Gut, das war es, Berneinfach, am 26. Februar 2024, Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch, könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter, könnt uns weiterempfehlen, redet mit euren Freunden über uns, das würde uns sehr freuen, könnt uns vor allem auch höch bewerten, das ist noch besser und in dem Sinn hören wir uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, bis dann, habt eine gute Zeit. Das ist Berneinfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Stair